Hallo und herzlich willkommen zurück zu Flintlock und dem Beagle. Jetzt will ich immer die ganze Zeit Nobody Wants to Die sagen, dabei ist das Spiel für mich schon zu Ende. Oh, cool. Neue Schnellreise verfügbar. Aber, wo bin ich überhaupt? Redet doch mit mir. Warte mal, habe ich eine Karte? Ja. Ähm. Hier waren die Dudes, die mit mir alles spielen wollten, ne? Ja. Ahne. Ahne. Ich bin wo? Feder? Habe ich die Feder? Eingesammelt. Achso. Mh. 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 Ich reiße mal dahin zurück, weil wie gesagt, ich weiß halt einfach nicht, wo ich bin. Und, ähm. Ich war halt ein bisschen neugierig. Jetzt aber den richtigen Weg. Hühnchen. Hühnchen. Aber erst die hier. Aua. Es macht Geräusche. Es macht drrrrrrr. Warum macht es solche Geräusche? gibt es noch mehr was für mich oder da ist ein chicken das ist das erste spiel in dem ich chicken ganz einfach töten kann ohne probleme nicht schlecht ich suche eigentlich den anführer so damit würde ich es mir relativ easy going machen wenn ich den anführer töten würde ich meine ja nur ein nicht mehr bin ich jetzt schon wieder raus aus dem gebiet damit na gut von mir ist es gut gut wenn du mich so fragst ist eigentlich alles prima wo ist das chicken sag mal enki machst du auch was für mich das sind ein paar zu viele der anführer war jetzt aber nicht mit dabei oder er nicht so aber da ist was zum einsammeln das wollen wir uns mal holz gute anführer wo sind sie ich muss sie umbringen ja ich habe immer noch keine ahnung wofür das da ist aber ist okay kann ich mit leben der könnte da oben sein da ist auf jeden fall nur mal so ein chicken ja ich bin aber der anführer scheint auch nicht hier zu sein knöpfe des rekruten ich wollte auch ausweichen penner das ist aber auch nicht der anführer sag mal wo ist der denn das ist immer du feigling wo bist du ich habe schon all deine leute umgebracht könnte ja irgendwo da oben sein gehen wir mal gucken die wahrscheinlichkeit ist gegeben dass der irgendwo da oben ist und ich jetzt einfach wirklich nur sein sein ganzes räuberdorf klein gemacht habe ich könnte das hier aktivieren wir aktivieren das mal kurz ich bin doch ausgewichen ah das ist der anführer ich habe minus eins getrunken wie geht das das lief gar nicht verkehrt wie habe ich das denn gemacht mit minus eins ich verstehe das noch nicht so ganz hier rein ich habe minus eins getrunken wie geht das das da ich meine ich da Warum? Was denn? Was denn? The Forgemaster has called Mudfish home forever. But everything that's happened has left it in a sorry state. I'm not much of a craftsman. There's a local carpenter that needs some help. I'm sure she'll find some use for you. I wanted to see. Oh, that's shoes. We don't bring them. Okay. Let's do that. Let's prove to him that we are worth it. I regret that I didn't try that one village. The Forgemaster is a hard one, isn't he? I've lost everything. And I say you should run too. You're the one that drove the bandits away, aren't you? First bit of peace we've had in weeks. Just doing my part? What? Nonsense. You gave us back our home. All that's left of those bandits are their stinking banners. Can't stand to look at them. I can help with that. You will? Let me point them out for you. Save you some time. Ahm. Okay. Here we go. Shhhhhh. Shhhhhh. Oh god. Oh god. Ja ne? Ich bin's. Wow, was muss ich denn hier machen? Ähm. Ich dachte ich muss hier rüber. Ja. Ich seh die Banner noch nicht mal so nicht ehrlich. Doch ich seh es ja wohl. Hm? Ich hab doch grad den Banner, ich hab doch grad das Banner gesehen. Hm. Das seh ich tatsächlich nicht. Da hinten, das seh ich auch nur schwer. Kann ich irgendwie... Zoomen oder so? Nö. Hm. Aber wie komm ich wieder hier runter? Achso, indem ich... Woah, 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 bitte hier keinen Ärger machen. Danke. Ich hab's nicht gesehen, aber das hier hab ich gesehen. Aber wie mach ich denn jetzt das eine? Da hinten? Warte mal, hatte ich mir nicht ne Abkürzung frei gemacht? Oder das versuch ich mit der normalen Pistole? Ach, das ist da oben drin. Na gut, dann schauen wir doch mal. Ja. Ich glaub nicht, dass das so gedacht ist, aber... Why not? Kann ich das irgendwie anwenden? Ja. Ich mag das. Was? Es hat was. So. Danke, Anki. Danke. Ich hab jetzt aber keine Moon mehr. So richtig. Pionier. Pionier. Ähm. Ähm. Nein. Kann ich irgendwie einstellen, dass ich den... ...nicht sehen möchte. Was bringt mir der denn? Hm. Bewegungsschärfe? Nee. Nee. Ich guck's gleich mal nach. Ähm. Ich find das nämlich super bescheuert. Äh, wo soll ich jetzt hin? Kehre zu jung zurück. Okay. Ach. Ich weiß. Bo 험. Ich weiß nicht. Du hast alles aufschraubt? Ja, das ist eine Frage zu zeigen. Wenn du in, der besser wälder ist, ist ein geschehen und eine Händlung. Sie müssen mich erst zu knacken. Was? Das stimmt. So, ich bete es deinem Weg. Es gibt eine Sulfo-Mörner's-Town-Up-River-Kalt-White-Bridge. Man kann es in Writt von dort ausziehen. Nur eine riesige Sache von unten wurde in den Hamlet. Es sieht aus wie nichts, was ich noch nie gesehen habe. All Feuer und Brimstone. Die Coward-Nights werden nicht aufhalten. Keiner will. Ich bin nicht ein Knight, Forgemaster. Und ich bin sicher nicht ein Coward. Wir machen uns das. Ich glaube, ein Gott reicht dazu aus. Enki guckt so und denkt sich, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Was würde ich eigentlich genau hier? Um... You shouldn't have been teared. Do you have any idea what you're going up against? No. But it's got you quaking. A Revenant feeds from the magic of the great below itself. It enslaves the dead and corrupts everything around it. We should find another way into the city. Sehr cool. Oh Gott, was? Ist der jetzt erledigt, oder? Ist der erledigt? Nee, er läuft weiter da unten rum. Wie komme ich jetzt wieder nach da oben? Ey, du, wie komme ich wieder nach da oben? Toll, ich will wieder nach da oben, Penner. Zum Glück sind die anscheinend nicht sonderlich taktisch. Da ist noch einer. Jetzt habe ich dich da oben aber nicht, Mensch. Aber was? Wo kommst du denn her? Okay. Aber hier kann ich eins anmachen. Was kann ich hier oben theoretisch machen? Okay. Nee, 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 gib mir mal zwei Sekunden zum Nachdenken. Hier sitzt einfach einer rum und will Spiele spielen, ja? Ich stelle am besten einfach keine Fragen. So, jetzt habe ich aber definitiv genug hierfür. Darf aber nicht. Woa, woa woa woa. Wer schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Der da oben. Ah, verdammt. Aua. Also manchmal ist das nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Von der Steuerung her. Die meiste Zeit funktioniert es eigentlich ganz gut und dann hin und wieder... Ey, irgendwer... Ah, ne. Gunst. Hm. Ja, ich weiß aber immer noch nicht, was ich damit machen kann. Zusätzlicher Ruf durch Gunst ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich hab das Gefühl, wenn man sich diese Abkürzungen macht, die zwar sehr, sehr geil aussehen, aber, ähm... Die arbeiten mit den Untoten zusammen. Na gut, wie eben das seine, ne? Ja. War ganz gut. Hm. Sag mal, du Penner. Kannst du dich mal im Riemen reißen? Okay, muss ich rüber? Oder reicht es, wenn ich da vorne hin? Da drüben ist aber eine Schnellreise. Ich will da rüber. Hm. Hm. Ist das nicht so eine Flagge, die ich abschießen sollte? Ja. Hm. Nee, das bringt mir nichts. Da komm ich nicht so einfach rüber, wie ich mir das vorstelle. Es gibt Dinge, die kann man probieren, dann endet's aber scheiße und deswegen lässt man sie. Aber ist sie denn unfähig, Leitern zu laufen oder was ist ihr Problem? Da draußen ist die Hölle los. Und du sitzt hier drin und denkst dir, ja, so eine Runde Spiele spielen ist schon geil. Kann man, kann man mal machen. Na ja. Moment. Ja. Welches Ding? Das Ding da oben? Könnte ich Markierungen setzen? LP-Erhöhung. Oh. Süden. Enki hat gerade noch was dazu gesagt. So, was ist das? Ähm. Ich weiß es nicht. Gucken wir sich dafür nach da oben. Ich kann's mir fast vorstellen. Wir schauen uns das mal an. Ich mein, die Folge geht ja jetzt eh nicht mehr so lang. Ich hör's, glaub ich, sogar schon. Es muss da oben sein. Jetzt hab ich ausgesehen geschossen. Ähm. Mädchen. Sag mal, willst du mich verarschen, dass du da nicht hochkommst? Die will mich verarschen, dass die da nicht... Dankeschön. Schrein der Inaya. Okay. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich seh zwar jetzt gerade nicht... Ich brauch das. Was ist das Ding? Ein Schrein zu einem vergangenen Gott. Wir sollten gehen. Ach so, er schickt uns direkt weg. Na gut, meine Lieben, dann mach ich doch auch hier gleich mal einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.